Kranach, Klee, Rubens, Rembrandt. Gemälde dieser weltbekannten Künstler zerstört von einem Mann. Wer ist er? Wir erzählen heute die Geschichte des Mannes, der als Kunstzerstörer und Säurespritzer bekannt wurde und Kunst im Wert von 150 Millionen Euro beschädigt hat. Zusammen mit dem Journalisten Klaus Urich tauchen wir ein in sein Leben als Täter und Opfer. Hallo Klaus. Hallo. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kogmann. Heute ist Donnerstag, der 30. Mai. Wir sind in der alten Pentakothek in München. Und das ist so, wie man sich so ein altes Gemäldemuseum eben vorstellt. Also da hängen dann die großformatigen alten Meister an der Wand in so goldenen Rahmen. Und in dem Fall sind wir im Dürer-Saal. Also das ist ein Saal, wo eigentlich nur Gemälde von Albrecht Dürer hängen. Einige der berühmtesten Dürer-Gemälde, die es überhaupt gibt. Also Albrecht Dürer ist ja total bekannt für diesen Hasen, den er gemalt hat, weil der so eine ganz frühe Tierstudie ist, die sehr genau ist. Und es gibt diese christlichen Gemälde, zum Beispiel Maria als Schmerzensmutter oder der Baumgartner-Altar. Das sind Sachen, die hängen eben dort auch in diesem Dürer-Saal in München. Und was passiert da jetzt? Ja, da steht so ein Mann und der hat was in der Hand. Eine kleine Flasche, also so groß wie so ein Piccolo-Sektfläschchen. Und der schüttet immer wieder was aus dieser Flasche auf eines dieser Dürer-Gemälde. Und wenn man genau hinschaut, sieht man, er hat auch schon auf andere von diesen Dürer-Gemälden irgendwas draufgeschüttet. Das ist Schwefelsäure gewesen. Schwefelsäure ist was, was für Öl-Gemälde sehr gefährlich ist, weil das einfach die Farben auflöst. Okay, ja davon hast du mir jetzt tatsächlich ein Bild mitgebracht. Also man sieht hier ein Gemälde und eine Frau, man sieht Menschen und Gesichter drumherum. Man sieht eben, da ist eine Flüssigkeit drüber gelaufen, die läuft auch den Leuten durchs Gesicht. Sieht so ein bisschen aus wie so Tränen fast durch die Gesichter der Leute. Also tropft das darunter. Also das heißt, er hat das Bild kaputt gemacht. Ganz besonders schlimm zugerichtet wurde das kleinste der drei Bilder. Die sogenannte Schmerzensmadonna, schätzwert über 15 Millionen. Der 51-Jährige war nach der Tat hinunter ins Foyer gebracht worden. Er gab sich ruhig und gefasst, machte keinen Hehl aus seiner Tat. Er drückte seine Zigarette aus und wartete dann auf die Polizei. Wer ist dieser Mann, der diese Bilder zerstört? Das ist Hans-Joachim Bohlmann, der auch bekannt wurde, weil er eben diese Säure dabei hatte als der Säurespritzer oder der Dürer-Attentäter von genau diesem Tag im Museum in Mönchen 1988, als er da im Endeffekt mehrere Dürer-Gemälde sehr, sehr stark beschädigt hat mit dieser Schwefelsäure. Es ist tatsächlich so, also der hatte alle möglichen Beinamen. Also in der Bild-Zeitung hieß er dann der irre Säurespritzer und das ist dann so eine, wie soll man sagen, das ist so eine Art, wie aus so einem Krimi-Film, so eine Art, über einen Menschen zu sprechen. Okay, lass uns mal hinter diese Schlagzeilen schauen und wir versuchen mal zu verstehen, was Hans-Joachim Bohlmann dazu gebracht hat, zum Zerstörer zu werden. Seine Kindheit verbringt Bohlmann zunächst in Breslau, das ist heute in Polen, damals in den 30er, 40er Jahren ist das noch in Deutschland. Und dort hat er auch das erste Mal so eine Art Nahtoderfahrung, wo er in so eine Jauchegrube reinfällt und da drin fast ertrinkt. Also hat als Kind schon so eine ganz furchtbare Erfahrung. Er musste dann fliehen vor dem Krieg, wurde dann bombardiert, hatte nochmal so eine Nahtoderfahrung, wo so ein Tieflieger direkt über den hinweg gerauscht ist und einen Angriff gestartet hat. Das hat er als Kind beides nur so ganz knapp überlebt. Er hatte anscheinend schreckliche Angst vor seinem Vater, der wohl sehr, sehr streng und auch gewalttätig war. Also das ging dann so weit, dass er schon als Kind und Jugendlicher Depressionen entwickelt hat und so Zwangsstörungen und Panikattacken bekommen hat. Also es gibt da so eine ganz tragische Geschichte darüber, dass sein Vater mal zu ihm gesagt hat, hey kommst du mit mir schwimmen im Fluss, gehst du mit mir in die Oder? Das war der Fluss, wo die damals gelebt haben. Und wir haben für unseren Podcast ein altes Interview zur Verfügung gestellt bekommen von der Spiegeljournalistin Beate Lakota. Die hat es kurz vor dem Tod von Brömer noch aufgenommen, wirklich stundenlange Kassettenaufzeichnungen. Und da erzählt er genau diese Geschichte. Ja und er sagt, komm, komm auf meinen Rücken. Ich will mit dir über die Oder. Und wisst ihr, was ich gedacht habe? Ich will bis zur Mitte und lass mich absaugen. Ich nehme dich auf den Rücken, ich schwimme dir da rüber. Und er hatte so ein Misstrauen seinem eigenen Vater gegenüber, dass er nicht mitgekommen ist und sich nicht getraut hat, weil er dachte, wenn wir in der Mitte von dem Fluss sind, dann lässt er mich los und lässt mich einfach ertrinken. Das war Hans-Joachim Bullmann selbst, den wir da gehört haben. Ihr habt nämlich Interviewmaterial mit ihm bekommen, Klaus. Persönlich habt ihr ihn ja nicht mehr sprechen können. Also wir wissen, Hans-Joachim Bullmann wächst im Krieg auf mit einem gewalttätigen Vater. Er hat Panikattacken und eine Zwangsstörung. Geht er denn damals in die Schule? Also er geht auf die Schule, aber nicht besonders lange. Geht dann ab, macht eine Lehre. Hat aber auch immer große Probleme, auch seine Lehre fertig zu machen. Und wird dann von seinen Eltern 1955 schon zum Psychiater geschickt. Das ist sehr ungewöhnlich. Also es ist wirklich nicht so, dass Leute da groß Psychotherapie gemacht haben oder auch zum Psychiater gegangen sind, sondern das hat man wirklich nur gemacht, wenn es wirklich schlimm war. Und ab da beginnt auch seine, ich möchte mal sagen, Psychiatrie-Karriere. Okay, und was sind das dann für Therapien, die er dann bekommt? Das eine ist Elektro-Konvulsionstherapie. Also im Endeffekt bekommt er Elektroschocks. In Wirklichkeit ist das tatsächlich eine bei manchen Leuten sinnvolle Therapieform. Also das ist jetzt kein völliger Humbug. Hat aber bei ihm nicht funktioniert. Und deswegen hat er noch was anderes gekriegt. Und das ist völliger Humbug. Und das ist eine Insulinschock-Therapie. Okay, wie funktioniert das? Tatsächlich ist das auch schon lange verboten. Das funktioniert so, dass du Insulingespritzt bekommst, also wie Diabetiker. Aber wenn du das als Nicht-Diabetiker bekommst und in einer sehr hohen Dosis, kann das dazu führen, dass du ins Koma fällst. Klar, da kann man von sterben, das ist ja super gefährlich. Genau, und das ist aber Absicht in dem Fall. Die wollen, dass die Leute ins Koma fallen durch diese Insulinschocks, in der Hoffnung, dass es dann so eine Art Reset im Gehirn auslöst. Oh Gott, die Idee ist also ein Reset, also ein Neustart, wie beim Computer, aber beim Menschen. Genau, also dass man quasi sagt so, hey, Gehirn runterfahren, wieder hochstarten wird sicher besser. Nee, wird nicht besser. Und sind auch relativ häufig Leute dran gestorben. Und deswegen ist das mittlerweile verboten. Also 1955 wurde das in Deutschland noch gemacht. In anderen Ländern war es schon verboten. Kurz darauf wurde das dann auch in Deutschland nicht mehr gemacht. Und bei ihm wurde das eben durchgeführt. Und das ist auch was, wo man schon bestimmte Nachwirkungen mit davontragen kann, wo nicht ganz klar ist, wie sich das von den Nebenwirkungen her dauerhaft auswirkt. Aber vor allem ist halt diese Gefahr, dass man tatsächlich daran sterben kann. Das Krasse ist aber, dass er macht das mit, er macht das auch willentlich und wissentlich mit. Er wird jetzt nicht von seinen Eltern dazu gezwungen. Der merkt, dass es ihm nicht gut geht und er ist verzweifelt und er will, dass ihm geholfen wird. Haben Sie dazu gestimmt, Ihre Eltern? Ja, die haben da zugestimmt. Wollten Sie das auch? Ja, ich wollte das auch. Ich wollte ja gesund werden. Hat er noch was versucht? Was gab es damals noch für Möglichkeiten? Hast du schon mal was von einer Lobotomie gehört? Ja, das weckt Erinnerungen an, für mich, die Schwester von John F. Kennedy hat, glaube ich, eine Lobotomie bekommen. Also ich glaube, so eine Art Gehirn-OP bei ihr hat das nicht funktioniert und sie war danach, glaube ich, schwer eingeschränkt. Fast alle Menschen, die eine Lobotomie, eine klassische Lobotomie bekommen haben, also wo man wirklich ins Gehirn schneidet, in der Hoffnung, dass das was verbessert, haben danach diese sehr schweren Nebenwirkungen und sind häufig nicht mehr lebensfähig gewesen. Aber ich wäre von der Angst befreit und zum Teil befreit, wäre das eigentlich doch nur ein Gewinn. Der Leidensgrad, der Angst ist so groß, dass ich das alles in Kauf nehme. Seine OP sollte quasi die sanfte, die neue, die moderne Lobotomie sein. Das wurde damals stereotaktische Leukotomie genannt. Also stereotaktisch hieß, dass man an zwei Stellen in seinen Schädel gebohrt hat. Und hat ihm das irgendwie geholfen? Er dachte, es hat eine Besserung gebracht, einen kurzen Moment, war aber nicht so und stattdessen hat es ihn wohl enthemmt. Und das ist wirklich interessant, weil man fragt sich ja schon, wenn jemand Ängste hat oder Zwangsstörungen oder Depressionen, das sind ja häufig eher gehemmte Menschen, wo kippt das, dass so jemand dann anfängt, ein großer Straftäter sozusagen zu werden? Und der Punkt, wo es kippt, ist möglicherweise diese Operation, wo man sagen kann, er ist vorher ein extrem gehemmter Mensch mit sehr vielen Ängsten und danach ist er nicht mehr so gehemmt. Und vielleicht ist es gar nicht so gut, dass er nicht mehr so gehemmt ist, weil dann muss vielleicht nur noch eine Sache passieren, die einen so ein bisschen over the edge pusht. Und bei ihm war das so, er war verheiratet und 1977, also drei Jahre nach der OP, stirbt Bullmanns Frau. Und zwar bei einem ganz tragischen Unfall, die putzt Fenster und stürzt dabei aus dem Fenster, fällt runter, fällt ins Koma und ist kurz darauf tot. Das ist der Punkt, wo er selber dann berichtet hat, dass es dann bei ihm so Klick gemacht hat, dass er gesagt hat, okay, er rennt jetzt nachts durch die Stadt und macht Sachen kaputt. Eine Mischung von Verzweiflung, Hass und so weiter. Ein Trotz gegen all das, was ich als ungerecht empfand, was mein Leben anlangt. Ich wollte mal zeigen, wie schlecht es mir geht. Wir sollten alle ihr Fett wegkriegen. Aber warum zerstört der ausgerechnet Kunst? Also man könnte ja jetzt denken, wenn das so eine Enthemmung ist, so ein plötzliches Moment, da würde ich jetzt irgendwie eher erwarten, dass jemand irgendwie mit einem Hammer alles um sich rum kaputt macht oder so. Aber das ist ja sehr ausgewählt. Das hat sich erst so entwickelt. Tatsächlich macht er zuerst andere Sachen kaputt. Also er geht zum Beispiel mal nachts auf irgendwelche Friedhöfe und dreht da die Wasserleitungen auf, damit alles überschwemmt wird. Oder es gibt auch so Berichte darüber, dass er Schaufensterscheiben beschädigt hat. Also da hat er Sachen reingeritzt. Zum Beispiel hat er manchmal auch ein Hakenkreuz reingeritzt. Nicht, weil er jetzt Nazi wäre, überhaupt nicht, sondern einfach nur, weil er wusste, die können das nicht stehen lassen. Die müssen das austauschen. Okay, also das heißt, er kehrt irgendwie nach außen, dass es ihm nicht gut geht. Genau. Und er merkt aber auch, dass er Aufmerksamkeit bekommt. Das ist die andere Seite davon. Natürlich steht es irgendwann in der Zeitung, dass es da Vandalismus gibt zum Beispiel. Wenn ich mir sagen würde, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe, ich weiß schon, warum ich das gemacht habe. Um Aufmerksamkeit zu erregeln. Um Leute, ja, um mir von der schlechtesten Seite zu zeigen. Kann auch anders. Ich hätte aber empfunden, etwas getan zu haben, was Aufmerksamkeit erregt. Und es hat mich befriedigt. Also seelisch. Aber er merkt halt erst richtig, wie viel Aufmerksamkeit er erreichen kann, als er das erst mal Kunst zerstört. Also da ist er in Hamburg in der Kunsthalle und zerstört dort auch oder beschädigt mehrere Gemälde. Und darunter auch den Goldfisch von Paul Klee, was ein wirklich wunderschönes Gemälde ist und auch sehr, sehr teuer. Und da merkt er, okay, ha, da gibt es eine ganz andere Art von Aufmerksamkeit. Also, dass das Aufmerksamkeit bringt, das sehen wir ja noch heute. Im Januar haben doch Aktivistinnen die Mona Lisa mit Suppe beworfen und auch ein Van Gogh wurde beworfen, in diesen Fällen mit Essen. Aber eben auch ganz gezielt. Diese Kunstwerke, die sind ja hinter Glas aus genau diesem Grund zum Schutz. Das wissen die Aktivisten auch. Die machen es aber trotzdem, weil es eben auch heute noch so viel Aufmerksamkeit gibt. Und damals war kein Schutzglas vor den Bildern und Säure ist ja auch nochmal was anderes als Suppe. Tatsächlich ist möglicherweise Bohlmann einer der Gründe dafür, warum die Sachen heute hinter Glas sind und dass es besseres Glas gibt heute, also was nicht mehr so spiegelt. Nee, damals hing das alles ohne Schutzmaßnahmen rum. Und Bohlmann hat es dann irgendwann auch sehr gezielt gemacht. Er hat sich ein Kunstlexikon ausgeliehen aus der Pfarrgemeinde-Bibliothek und hat geschaut, was sind die teuersten und berühmtesten Kunstwerke. Und ist dann irgendwann ganz gezielt vorgegangen und hat gesagt, er will nicht irgendwas kaputt machen, sondern er möchte quasi den maximalen Schaden anrichten. Und das macht er halt, indem er maximal teure und berühmte Kunstwerke zerstört. Aber das hat ja bestimmt Konsequenzen, oder? Also ich glaube, da wird es ja eine Klage geben und bestimmt auch eine Strafe, oder? Genau, also er wird mehrmals gefasst. Und dann ist immer die Frage, wie geht man mit dem um? Ist er so stark psychisch krank, dass er nicht schuldfähig ist? Oder ist das einfach jemand, der aus Spaß und Verbrechen begeht? Und das Interessante ist, sein Anwalt hat damals die Strategie zu sagen, nee, nee, der ist natürlich voll zurechnungsfähig, der muss in den Knast. Aha, warum? Warum? Weil ihm klar war, dass das, was er da macht, Bohlmann, ist Sachbeschädigung. Das ist nicht das, wo man wahnsinnig lange in den Knast kommt dafür. Aber inzwischen gab es ja auch ein Urteil, dass man Leute nicht mehr ewig in die Psychiatrie einsperren kann, in die forensische Psychiatrie. Aber damals gab es da häufig noch keine so richtige Zeitbegrenzung. Und deswegen hat der Anwalt eben geraten, lieber plädieren wir auf Schuldfähig, lieber gehst du ins Gefängnis, da kommst du dann schneller wieder raus. Und tatsächlich ist Bohlmann dann ins Gefängnis gekommen und dann auch relativ schnell wieder freigekommen danach. Er versucht ja auch immer wieder, so ein normales Leben zu führen. Der möchte eigentlich einen Job haben, eine Familie haben, vielleicht Kinder. Das sagt er auch irgendwann mal im Interview, er hätte einfach gerne auch ein Auto und zwei Kinder sozusagen und eine Frau. So dieses Bild von einem normalen Leben. Ganz genau, das will er eigentlich haben. Und dann passiert auch mal was, nämlich ein Teil von seiner Rente wird gepfändet. Also die Geschichte ist die, er hat ein Rubensbild in Düsseldorf mal beschädigt. Und der Besitzer davon ist Thyssen, also dieser Stahlbaron Thyssen. Und dem seine Anwälte klagen jetzt auf Schadensersatz gegen Bohlmann. Bohlmann hat aber nichts. Das Einzige, was er hat, ist diese winzige Rente. Und jetzt wird von dieser winzigen Rente auch noch ein Teil gepfändet. Und das heißt für ihn, dass er bis an sein Lebensende sozusagen Geld an Thyssen abdrücken muss, aber nie irgendwie in irgendeiner Form da rauskommen kann. Und dann plant er eben nochmal so einen Ausbruch. Und der Ausbruch ist dann eben, nach München zu fahren und seinen ganz großen Anschlag zu machen auf diese Dürer-Gemälde. Also es ist so eine Art Racherakt. Ja, an der Gesellschaft. Aber er fühlt halt eine große Ausweglosigkeit. Also was soll er machen? Er wird das nie abbezahlen können. Er wird nie das machen können, was die Gesellschaft von ihm will oder was juristisch von ihm verlangt wird. Das wird er nicht können. Also macht er stattdessen in so einer Art Übersprungshandlung was kaputt. Und was passiert dann? Also er kommt natürlich auch wieder vor Gericht. Und wieder steht dieses Gericht vor der gleichen Frage. Also ist dieser Mann voll schuldfähig oder ist er psychisch krank und muss deswegen in die forensische Psychiatrie statt ins Gefängnis? Mhm. Und was kommt raus? Früher war die Strategie von Bohlmanns Anwalt ja immer, wir plädieren auf voll zurechnungsfähig. Weil er dann ins Gefängnis kommt und da ist er nicht so lange drin. Aber das will Bohlmann nicht mehr. Der will auch einfach, dass ihm geholfen wird. Und er denkt sich, na gut, dann bin ich halt jetzt in der Psychiatrie weggesperrt. In der Psychiatrie wird mir vielleicht wenigstens endlich geholfen. Er gilt dann also im Verfahren als nicht zurechnungsfähig und kommt dann in die Psychiatrie. Wie lange bleibt er da? Er war insgesamt dann 15 Jahre, war er dann am Stück in der Psychiatrie und wurde dann erst wieder entlassen 2005. Nach 15 Jahren in der Psychiatrie wird er dann entlassen. Geht es ihm denn dann besser? Also ist er dann in Anführungsstrichen geheilt? Naja, ich glaube nicht, dass irgendjemand damit rechnet, dass der geheilt ist. Sondern es ist einfach so, Gerichte haben entschieden, dass du Leute nicht unendlich einsperren kannst dafür, dass sie Gegenstände zerstören. Der wird freigelassen, obwohl eigentlich klar ist, dass es Probleme gibt. Das heißt, um ihn herum wird so eine Art Frühwarnsystem eingerichtet. Das heißt, da kommt halt immer der Sozialarbeiter und der Bewährungshelfer vorbei. Dann soll er regelmäßig da in die Klinik kommen und hat eine Nachsorge und eine Therapie und so weiter. Und in den Medien ist es ein bisschen anders, da klingt es dann eher so. Die wertvollen Werke von Albrecht Dürer sind in Bremen bis auf weiteres unter Verschluss. Bohlmann kann jederzeit wieder zuschlagen, so die Ärzte. Die Museumsleitung hat Angst. Er ist eine tickende Zeitbombe. Bohlmann hatte seit 1977 Kunstwerke mit Säure angegriffen, vor allem Bilder von Dürer. Jetzt geht in deutschen Museen wieder die Angst um. Weshalb die Kunsthalle nun die Zahl ihrer Museumswerte verdoppelt hat. Und ist diese Angst der Museen berechtigt? Er macht nochmal einen Anschlag 2006, aber nicht in Deutschland, sondern er fährt dazu extra in die Niederlande rüber und macht dort einen Anschlag im Reichsmuseum in Amsterdam. Das ist ein riesengroßes, berühmtes Museum, ne? Genau, das ist so ein bisschen wie diese alte Pinakothek, die ich vorhin beschrieben habe, nur ehrlich gesagt noch größer und noch, also es ist einfach ein Museum von Weltrang. Ja, das ist eines der größten Museen in Europa, ne? Also wer nach Amsterdam fährt, der geht da wahrscheinlich mal rein. Da hängt dann Rembrandts Nachtwache und eigentlich will er da auch erst hin, aber da stehen dann so viele Leute und es ist gut bewacht und dann beschädigt er halt ein anderes Gemeinde. In Amsterdam ist er auch direkt gefasst worden, also kommt auch tragischerweise dann in Holland ins Gefängnis, wo er mit kaum jemandem reden kann, weil er nur ein bisschen Englisch kann und kein Niederländisch und die können alle kein Deutsch. Und ist da so, hat da wohl auch eine ganz schlimme Zeit, weil er auch krank wird, also er hat Krebs und wird dann aus diesem Gefängnis vorzeitig entlassen und zieht zurück nach Hamburg in so eine Hochhaussiedlung. Und die Beate Lakota, diese Spiegeljournalistin, von der wir diese Töne gekriegt haben, die hat das ganz eindrücklich beschrieben, wie sie ihn dort nochmal besucht hat und er da so ein auch sehr einsames Leben einfach geführt hat. Und da hatte er für uns so eine gefrorene Erdbeertorte, hatte er für uns gekauft und die stand dann da auf dem Tisch und dann haben wir also höflich ein Stück Torte gegessen und irgendwann sind wir wieder gegangen und dann hat er gesagt, kommen Sie doch mal wieder. Also, Bohlmann bleibt allein zurück, vielleicht auch, weil er so viel zerstört hat. Warum berührt Menschen das so, wenn Kunstwerke im Museum zerstört werden? Man darf ja auch nicht vergessen, Kunst, wenn sie im Museum hängt, gehört ja irgendwo der Allgemeinheit. Man kann da hingehen, kann sich eine Museumseintrittskarte kaufen und jeden Samstag seinen Lieblingsklee oder Dürer oder Kranach anschauen. Es gibt viele Leute, die so eine Beziehung auch zu Bildern haben oder auch die Leute, die in den Museen arbeiten. Deren Job ist es ja, diese Gemälde zu bewachen und dann ist es natürlich wahnsinnig emotional, wenn sowas kaputt gemacht wird. Also, wir haben da auch mit jemandem gesprochen, Michael Söder, der war früher in Kassel, ein Museumsaufseher und der hat uns das wirklich sehr, sehr eindrücklich erzählt, was das für ihn bedeutet hat, als Bohlmann da aufgetaucht ist und seine Lieblingswerke von Rembrandt kaputt gemacht hat. Es war furchtbar. Es war furchtbar gewesen. Man hätte weinen können, wenn sie gesehen hätten, wie die Farbe runterlief. Also, der Fairness und die Farbe, das war einfach grauenvoll. Es war einfach ganz grauenvoll. Und ich weiß nicht, wie man das anders beschreiben soll. Ich fand es auffällig, dass zu jeder Zeit in allen Zeitungen und in allen Leserbriefspalten immer diese Leute waren, die sagen, kann man den nicht für immer wegsperren. Und das ist tatsächlich was, was wir jetzt auch schon in Reaktion auf unseren Podcast bekommen haben, dass uns Leute schreiben, so, irrer Typ macht Dürer kaputt, zerstört unser kulturelles Erbe, den hätte man einfach wegsperren müssen. Und da bin ich total froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben, wo es nicht möglich ist, Leute für immer wegzusperren, weil sie, und let's face it, Gegenstände beschädigen. Und auch wenn diese Gegenstände groß sind und sehr wertvoll sind und zu unserem kulturellen Erbe gehören, finde ich es absolut richtig, dass diese Dinge immer abgewogen wurden. Und dass auch immer wieder Leute versucht haben, ihm zu helfen, die Ärzte. Er hat nicht nur schlimme Dinge erlebt, er hat nicht nur diese fehlgeschlagene Gehirn-OP erlebt, sondern er hat danach 15 Jahre lang in der Psychiatrie Therapien bekommen, er hat Medikamente bekommen. Vieles davon hat nicht so gut funktioniert für ihn, aber es wurde wirklich alles versucht. Und das ist was, was ich eigentlich sehr, sehr schön finde. Am Ende stirbt Hans-Joachim Bullmann 2009 in einem Krankenhaus. Was würdest du sagen, jetzt, nachdem ihr euch den Mann angesehen habt, hinter diesen steilen Schlagzeilen über den irren Säurespritzer, was ist dein Fazit über diesen Mann? Das ist irgendwie dieses Interessante bei Bullmann, finde ich, dass im Endeffekt wir immer so die Vorstellung haben, schwarz und weiß. Menschen sind entweder Täter oder sie sind Opfer oder sie sind jemand, dem übel mitgespielt wurde vom Leben oder auf der anderen Seite ist er ein geltungssüchtiger Narzisst, dem es nur um den Nachruhm geht. Und ich glaube, bei Bullmann kann man sehen, das geht beides gleichzeitig. Jemand kann wirklich, wirklich ein armer Mensch sein, dem viel Schlimmes passiert ist und der trotzdem so eine Ecke Narzissmus und Geltungssucht und Spaß am Kaputtmachen einfach in sich trägt. Also ich glaube, man kann gar nicht sagen, ist er jetzt Täter oder Opfer oder so. Also ich glaube, Bullmann ist einfach wirklich ein Stück weit beides. Klaus, danke, dass du uns davon erzählt hast und wir ein bisschen hinter diese Kulissen geschaut haben. Danke dir. Zu Gast war heute der freie Journalist Klaus Urich. Seinen vierteiligen True Crime Podcast über den Kunstzerstörer Hans-Joachim Bullmann findet ihr in der ARD Audiothek. Einen Link dazu gibt es in unseren Shownotes. Folgen Autorin ist Julia Weigelt. Mitgearbeitet hat Lukas Waschbüsch. Produktion Jürgen Kopp und Christoph von der Werf. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Kogmann. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020